Herzlich willkommen zur Vorstellung des Paratek Rollcontainers. Mein Name ist Daniel Witte und ich betreue für die Firma Paratek den Bereich Nordeuropa. Was wir hier vor uns sehen, ist unser Rollcontainer für den Bereich Gerätewagenlogistik, Gerätewagentechnische Hilfenleistung. Wir führen hier mit Stützen von der Stützenlänge 48 bis 64 cm bis zu den langen Stützen 94 bis 47 cm, welche jeweils noch um 90 cm verlängert werden können. Bedeutet, der Rollcontainer hat eine maximale Einsatzhöhe der Stützenlänge von 2,50 m. Wir führen dabei die verschiedensten Köpfe für den Bereich Bauunfälle und für den Bereich Verkehrsunfälle mit, sodass dieser Container multifunktional einsetzbar ist. Weiterhin lässt sich mit dem Container und dem mitgelieferten Dreibeinkopf einen Dreibein mit Zulassung nach EN 705, also als mobilen Anschlagpunkt, aufbauen. Der Container an sich ist wie gesagt dafür gesagt, dass man den Gerätewagen relativ schnell in einer Art Rüstwagen umwandeln kann. Dreibeinkopf Dreibeinkopf Untertitelung des ZDF, 2020